ich glaube das Spiel ist jetzt vorbei für mich ich bin jetzt aus dem Spiel raus glaube ich das geben kann ich nicht mehr kann Scheinerschein machen gibt's Licht? Nein, gibt's nicht also keine Reaktion mehr von der Karre wenn ich hier Gas gebe ne ist vorbei so, das war nochmal die 5 Sekunden einfach bleiben wir hier stehen so, 1, 0 so, das Rennen ist jetzt vorbei und ich bin Vierter und wurde jetzt qualifiziert weiter und hier verlassen jetzt das Event ja so, Renn-Event, ich zeig das mal kurz hier hier gibt's, hier kann man sich Strecken auswählen, die es in Wirklichkeit gibt ähm, von 2007, von 2006 und extra Strecken ich weiß auch nicht, was die damit meinen die sind auch, glaube ich, auch schwerer wenn ich mir jetzt mal hier einfach die hier ja, genau, nehmen wir die genau, weiter und hier gibt's jetzt Auswahl, ne was man für Autos nehmen will ähm, WTCC ist ähm ganz normales Autorennen, glaube ich, hier mit dem Autos hier und das ist, glaube ich, mit den etwas Älteren ja, ich glaube, das mit den, das mit den Älteren ja, das mit den Älteren ja, das mit den Älteren und das ist mit den noch Älteren ja, noch älter dann gibt's hier noch Mini, was wir grad gefahren haben das ist dann Formel 300 oder 1, was da grad stand also Formel, Formel 1 ich sag jetzt Formel 1, so also das ist Formel BMW, da kann man nur mit äh, BMW ähm äh, ich wollte grad schon Ferrari sagen mit BMW, ähm Formel 1 Autos fahren das ist solche kleinen Knutschkugeln das ist, glaube ich, noch das gleiche ja nur anders irgendwie also nochmal die gleichen nur noch anders und das sind, das weiß ich selber nicht ach, das sind diese okay also das sind auf jeden Fall diese hier, ne so was haben wir hier noch, das hier die gleichen nochmal nur verbessert, glaube ich die gleichen nochmal verbessert ne, das sind die schlechteren das sind die älteren Modelle die, ach ne, doch nicht doch ach, keine Ahnung guck dich selber an so so das gibt es jetzt auf jeden Fall die ganzen Fahrzeuge gibt es hier eine Meisterschaft und sozusagen hier Events und Weltmeisterschaft, äh mehr Spieler und Weltrangliste so ja das war das Spiel Race 07 wir sehen uns beim nächsten Video und ich hoffe, euch hat das Video gefallen würde mich vielleicht mal freuen, wenn wir uns vielleicht da mal im Spiel sehen also gegeneinander Rennen fahren und ja ich hoffe, euch hat das gefallen bis zum nächsten Mal ciao ciao